Hallo, in diesem Video möchte ich den Web-Server Simple HTTP Server vorstellen. Simple HTTP Server ist in Python geschrieben und für den einfachen, schnellen, temporären Einsatz gedacht, um zum Beispiel Dateien oder statische Webseiten per World Wide Web abrufbereit zu machen. Simple HTTP Server muss bei den meisten großen Distributionen nicht nachinstalliert werden. Der Server ist ein Modul von Python. Okay, ich gehe auf Aktivitäten und starte ein Terminal. Ich bin im persönlichen Ordner. Gestartet wird der Web-Server mittels Befehl Python, Leerzeichen, Minus M, Leerzeichen, Simple HTTP Server im jeweiligen Verzeichnis. Dieses Verzeichnis wird gewissermaßen zum Wurzelverzeichnis des Web-Servers. Im Browser tippt man nunmehr ein HTTP Doppelpunkt Schrägstrich Schrägstrich Local Host Doppelpunkt 8000 um auf die Dateien zugreifen zu können. 8000 ist die Standard-Portnummer. Die Portnummer kann man auch abändern, indem man eine andere beim Start angibt. So, mit STRG C beenden und jetzt einfach neu starten, zum Beispiel mit dem Port 8002 8000 funktioniert ja nicht mehr, sondern 8002 8000 und viel Glück auf zwei 9000 8000 8500 8000 die 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 Vielen Dank.